Willkommen zur 115. Folge von Towns. Sollte es doch genug sein? Ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich sagen, sollte man hier vielleicht das Holz hier mal abarbeiten. Dann schauen, dass man da vielleicht noch was pflanzt. Ja, die holen da gerade auch das Getreide rein zum Malen. Holzfäller haben wir keine, oder was? Was machen die denn sonst noch, die Holzfäller? Konstruieren vielleicht? Könnte auch sein, ne? Oh, da lag noch einer. Letztens lag hier doch einer, oder? War das der? Weiß ich auch nicht. Kann auch sein. Ne, der war das. Okay. Äh, gehen wir mal hier hin, da hin, dort hin und da hin. Und... Wollte ich jetzt sagen, machen wir hier. Das ganze Wand lang. Okay. Kann auch sein, dass Holz knapp ist, ne? Aber dafür haben wir es ja unten hier gemacht. Da ist aber noch nicht... doch, da sind schon zwei gefällt worden. Da wird auch einer gemacht, genau. Sechs Stück noch. Alles gut. Getreide. Ah komm, da können wir jetzt hier gerade... Machen wir es so. Ja. Schiffft, dass der hätte Sinn ergeben, ne? Und... Da lang. Passt. Okay. Warum der Baum nicht weg? Dann erst umgraben. Kein Holzfiller da. Er ist da voll reingelaufen, ne? Ja, ist jetzt zu spät, ne? Jetzt wird hier umgeworben. Aber... Kein Baum gefüllt. Ah, da kommt einer. Den müssen wir so machen, ne? Ach so, ja. Ne, das war hier unten. Mal gucken, ob das so wird. Okay. Holz haben sie auch weggeholt. Ist mir nicht genug Holz da, ne? Will ich jetzt mal schätzen. So, nimmt die einer. Ja, voll reingelaufen, aber... Alles gut. So, drei Bäume sind noch. Okay, Holz ist weg. Hm. Hm. Trap-Seekling, okay. Es wäre jetzt zu überlegen, den Dinger wegzumachen, bevor da verletzte so viele sind, ne? Aber... ... 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 Kommt jemand, aber Rebtum. Bitte mal die drei Bäume da fällen. Auf jeden Fall zwei. Und dieser hier geht schon gar nicht mehr. Ja. Jetzt wird mehr Hummel graben. Ah, ich glaube, jetzt wird das Holz gefüllt, oder? Nee, umgegraben wird. Da müsste die Person auf dem Baum stehen, damit der gefüllt wird, glaube ich. Okay. Auch schön, ne? Also der Baum weg wäre schön und dieses hier umgegangen, da könnte man eine ganze Reihe der Getreide anpflanzen. Wie sieht's überhaupt mit angezogen aus? Okay, vollständig. Auch. Nächste Seite. Oh, da sieht's noch nicht so gut aus. Da fehlt auch mal was. Und da fehlt auf jeden Fall einer und die zweite Seite gibt's nicht. Gut, okay. Baum ist immer noch da. Also, geerntet wird genug. Das Mehl läuft dann nicht, oder doch? Mehl ist auch hier drunter. Ist denn jetzt gerade ein Brot da. Mehl, Sechse. Naja, okay. Da kann ich Getreide pflanzen. Und noch einen zurück. Da hin. Dort hin. Na, die anderen Reihen werden nicht gemacht. Das ist die Setzlinge, ist da. Ja, Setzlinge können sie ganz schnell hinbringen, komischerweise, ne? Die Reihe ist gleich fertig. Nur was mit dem Umgraben, das ist ein bisschen schwierig. Das ist körperlich anstrengender, aber das geht nicht, ne? Ah, ich glaube... Ne, ne, die Person macht nix. Schade. Kürzung, er, der Riff, okay. Und macht nichts, ne? Das ist nur noch der eine Baum mitnehmen, wäre ich super. Ja. Läuft gerade nicht. Ne. 84 von 80 Uhr, da müssten wir doch wieder welche ankommen. Oder wir haben nicht genug Betten, das kann auch sein. Also hier gibt's erstmal ne neue Reihe jetzt. Die drei Felder noch, dann ist das auch gemacht, aber die Pflanzen erstmal lieber. Okay. Reingepflanzt genug. Und hier geht wieder gerne eine Reihe. Jetzt müsste einer den Baum umhauen. Und der müsste umgegraben werden. Umgegraben geht gerade. So, jetzt ist nur noch der Baum umhauen. Shop Tree. Da hat sich noch nichts geändert. Angepflanzt wird. Hohe Prio für Sonnenschwemzen. Tja. Könnte mal jemand sich erbarmen und den Baum fällen. Doof. Aber es wird auch nötig. Hört mal an, wie wir drei da noch noch da sind. Die ernten gerade alles ab. Und wir haben bestimmt keine Betten. Da müssen wir gleich mal gucken, gucken wir mal erstmal, wie weit sie hier sind. Da sollte eigentlich... Oh, das ist doch noch nicht fertig. Ist mir das runtergefallen? Nein, da kommen noch zwei. Da ist irgendeiner faul. Äh, die beiden fehlen. Ich mach das wieder an. So, ich glaube, jetzt sind sie wieder alle ausgewählt. Ich kann mir keinen mehr sehen, wie weit sie ist. Ist auch schwierig überhaupt zu sehen. Ich glaube, wir sind voll weg, ne? Oh, oh. Ich sehe schon was. Der Scarf Roll ist kaputt gegangen. Und ich glaube, das ist noch. Ich glaube, da lief schon einer mit, oder? Ja. Kann die runter? Ja. Das war knapp. Und die können aber hier runter werden, naja. So, nochmal hier gucken. Fehlt da was? Ne, da ist der Durchgang nach hier. Da kommt auch einer hin. Da kommt auch einer hin. Dann ist das zu. Da kann man rumgehen. Passt. Da hinten ist jetzt der Scarfault. Und da haben wir noch was angebaut. Keine Ahnung, wofür jetzt. Im Balkon. Und das ist jetzt erstmal nicht entscheidend. Ist hier alles zu? Ich glaube, ja, ne? Da, da fehlt einer. Das ist alles passend. Wenn der drauf ist, dann ist auch bis zur Decke zu. Und die Decke ist auch zu. Da ist aber einer im Roten Kreuz. Das haben wir hier in den Falschen erwischt, ne? Tja. Schwierig zu beurteilen, wo der ist, ne? Und der ist da in der Reihe. Den krieg ich auch wieder nicht. So'n doof Ding. Der wird jetzt schon zum zweiten Mal da eingebaut. Hier ist auch irgendwas verkehrt gelaufen. Da ist nämlich einer zu viel. Und... Die können wir da lang bauen. Und hier ist ne Kanzereihe zu viel geworden, irgendwie. Das war wohl optisch ein Problem, ne? Aber... Und hier ist das hier. Ich glaube, das ist so richtig, ne? Gut, dann... ...kirrt uns da noch ein Steinchen, ne? Und das fehlt ja immer, oder wie sehe ich das? Das ist aber so zuzumachen, ne? Ja, ist wohl so. Und hier wohl ähnlich, ne? Schon die zweite Reihe an, das ist das Richtige dann. Und das... ...muss doch dann auch noch hoch, oder? So, die Shift hast du nicht gedrückt. Die Band auch noch. Ist da die Treppe? Ja, gut, okay. Dann muss da auch noch einer hin. So, das müssen wir jetzt mal machen. Wir können ja was wegnehmen eigentlich, aber... Oh, das Spiel ist in Pause, deswegen geht da nix. Dann haben wir irgendwo einen Angriff. Jo. Dann lassen wir mal laufen. Ja, auch noch einen Kriegen. So, da holen sie schon die Steine weg. Okay. Da wird das Loch gestopft. Eins nach dem anderen wunderbar. Den da, ne? Den nimmt keiner weg. Hm. Unlock. Unlock. Die wird jetzt keiner weg mehr wieder. Ach, da drüber sind auch noch zwei. Komm, dann nehmen wir die Anner weg. Und sollten die da auch hinkommen. Tun sie auch jetzt. Okay, der zweite Stein geht auch. Gut. Ach so, jetzt wird gerade hier unten gekämpft. Da kommen die Herrschaften. Kämpfen. So, dann ist der dort wieder weg. Schade, ne? Das möchte nicht so kloppen, wie ich möchte. Das wird auch nicht wieder. Ah, wir können das mal so probieren. Dann kriegen die die weg. Und das müssten wir da in dem Zimmer wahrscheinlich auch machen. Mal gucken, wann einer den bringt. Tja. Ist jetzt noch doch, da ist er. So, jetzt könnte man das rote X da wegnehmen, ne? Hm, das macht keiner. Zweite Wand. Welche Wege doch manche dann laufen, ne? Ja, der erste ist weg. Ja, der erste ist weg. Den weg. So. So. So, das Bett. Noch unlocken. So, das Bett aber woanders hin haben. Okay. Können wir erst umstellen. Machen wir da hin. Wunderbar, ist schon weg. Dann wieder so ein Teil da hin. Der kann auch editet werden. Dann wird der vielleicht da unten gebracht. Nicht, aber egal. So, gucken wir mal. Wer holt das da weg? Okay. Ist da. Und jetzt muss hier die Baulücke gemacht werden. Na, komm schon. Mal einen zurück. Mauer, Mauer. Mauer. Und dann machen wir hier nochmal lang. Dann könnte das rote X-Flight auch noch wegkommen gerade. Ja, da ist es passiert. So, und jetzt bauen wir das wieder zu. Und dann muss da jetzt nur die Lücke, glaube ich, erst geschlossen werden, bevor wir das Garfield wegnehmen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Kumpensteine. Aber keiner hat den da hingesetzt. Komm schon. Bauen wir nochmal einer rein. Ist klar, dass es jetzt nicht klappt, ne? So, jetzt ist es da weg. Jetzt kann man deliten. Oh, da hat sich nur einer durchgemogelt, ne? Jetzt ist der weg. Den auch noch deliten. Der ist auch schon weg. Jetzt ist Bett umstellen. Unlock. Zurück. Zurück. Dahin. Dorthin. Drehen. Und in den Schrank kommt das Bett. Baut es einer da um, oder wird Neues gebaut? Ist die Frage, ne? Ne, da kommt noch einer. Genau. Oh, da bringt es. Wer weiß, wohin. Und Neues gemacht. Okay, alles gut. So. Jetzt nochmal zur Wand. Und die beiden da hin. Und da ist schon fertig. Das bedeutet, wir können da auch jetzt zumachen, ne? Gut. Okay. Und das können wir hier aber auch noch machen, oder? Gut. Und da war ein Durchgang zur Treppe. Dann passt's. Wunderbar. Das ist ein Innenhof, ne? Wo kommen die her? Ach so, das ist... Ja, okay. Passt schon. Gut. Dann haben wir das auch gebaut. Hier. Ach so, das ist schon hoch. Treppenhaus, okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es erst. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.